Karrieren, Muttersport, ohne großes Erbe oder reiche Familien? Es gibt sie. Und die Geschichten dazu gibt's hier. Nix geschenkt, der Podcast. Wenn wir jetzt wirklich einen Renntag hernehmen, meistens der Samstag am Wochenende und der Sonntag, definitiv sind es immer sehr lange Tage. Ich sag's jetzt mal aus der Sicht vom Teamchef. Ich glaub, spätestens stehst du um halb sechs auf, im Normalfall um fünf. Frühstücks gemeinsam mit dem Team bist du meistens sechs, sechs, dreißig, spätestens an der Rennstrecke. Wenn wir zum Beispiel, wenn die Fahrer kommen um acht, sind wie immer eineinhalb, zwei Stunden vorher schon dort, beginnt dann gleich einmal immer mit einem Teammeeting, geht quasi mal mit dem Team den ganzen Ablauf durch. Gefolgt dann, sobald die Fahrer eintreffen, mit den Fahrern noch einmal im Detail die Abläufe. Dann ist es eigentlich ein ziemlich durchtakteter, strukturierter Plan. Es ist immer das Gleiche. Es gibt eine Vorbereitungsphase, dann einen voraktiven Teil, ein Debriefing, eine Nachbereitungsphase und das passiert halt dementsprechend oft am Tag. Meistens sind da noch die Quali, dann kommen die Rennen. Und zu guter Letzt gibt es wieder ein Teammeeting am Ende vom Tag, wenn noch die Fahrer dabei sind. Das ist meistens irgendwann zwischen, wahrscheinlich nach dem Park für mich, irgendwann zwischen 19 bis 21 Uhr. Im internationalen Bereich dauert es oft relativ lange, bis man zu den Autos kommt. Dann schauen wir noch, dass wir ein gemeinsames Essen an der Strecke zusammenbringen. Wir schauen immer, dass es quasi Team und Fahrer gemeinsam ist. Unten dem Strich ist es trotzdem ein Teamsport. Dann ist es eigentlich für den Fahrer lässig. Der ist dann eigentlich draußen aus der Nummer. So, ob ich sage einmal, zu A 20 Uhr. Und das restliche Team im Durchschnitt geht irgendwann zwischen A 2 Uhr in der Frühwende fertig, wenn keine Probleme auftreten. Wenn Probleme auftreten, dauert es dann oft länger. Das heißt, an sich die Tage sind schon sehr lange. Nix geschenkt, der Podcast. Alles Weitere auf Facebook unter nixgeschenkt.